Allmange de Rinkli Ribi Ljormusson Kennst du die Farben auf Deutsch? Allmange de Rinkli Ribi Ljormusson Ja, ich kenne die Farben auf Deutsch Gökyüzü ne renktir? Ve şefabehat derhimi Ve şefabehat derhimi Gökyüzü mavi dir Der Himmel ist blau Der Himmel ist blau Chiman ne renktir? Welche Farbe hat das Gras? Welche Farbe hat das Gras? Das Gras ist grün Das Gras ist grün Das Gras ist grün Das Gras ist grün Bu anahtar ne renk Welche Farbe hat dieser Schlüssel? Welche Farbe hat dieser Schlüssel? Welche Farbe hat dieser Schlüssel? Dieser Schlüssel ist rot Dieser Schlüssel ist rot Dieser Schlüssel ist rot Der Himmel ist rot Der Himmel ist rot Der Himmel ist rot Welche Farbe haben die Rosen da drüben? Welche Farbe haben die Rosen da drüben? Die Rosen dort sind rosa Die Rosen dort sind rosa Die Rosen dort sind rosa Ich rosa Die Rosen dort sind rosa Ich rosa Das Gras ist rot Der Himmel ist rot Welche Farbe hat dieser kleine Vogel? Der kleine Vogel ist schwarz. Der kleine Vogel ist schwarz. Der kleine Vogel ist schwarz. Demir ne renktir? Welche Farbe hat Eisen? Welche Farbe hat Eisen? Demir griech. Eisen ist grau. Eisen ist grau. zahl nicht schwarz. Welche Farbe hat die Vase, die auf dem Boden steht? Welche Farbe hat die Vase, die auf dem Boden steht? Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Welche Farbe haben die Gebäude in diesem Viertel? Welche Farbe haben die Gebäude in diesem Viertel? Die Gebäude in diesem Viertel sind braun. Die Gebäude in diesem Viertel sind braun. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Die Vase, die auf dem Boden steht, ist weiß. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.